Herzlich begrüßen zum zweiten Tag unserer Konferenz Gleichstellungsprojekt Europa. Ich hoffe, alle, die nun Übersetzungshilfe benötigen, haben einen Empfänger. Die liegen auf den Tischen. If you need translation, please take the pad set on the table. Mein Name ist Henning von Bargen. Ich leite zusammen mit Gitti Henschel das Gunder-Werner-Institut. Das Gunder-Werner-Institut ist ja Hauptveranstalter dieser Konferenz. Zusammen mit Wilf, genau. Wir haben gestern Abend nach dem Einführungsvortrag und dem Einführungspanel hier sehr intensiv an den Tischen diskutiert. Sie haben Ihre Erfahrungen mit Europa, europäischer Politik, Erfahrungen mit Gleichstellungspolitik ausgetauscht. Und die Ergebnisse, die an den Tischen gesammelt worden sind, finden Sie hier links von mir an den PIN-Wänden. Wir haben versucht, das ein bisschen thematisch zu ordnen und zwar zu den sechs Oberthemen, an denen sich die Strategie für die Gleichstellung von Frauen und Männern der Europäischen Kommission ausrichtet bis 2020. Das ist die Nachfolgestrategie zur Roadmap 2010 bis 2015. Unter diesen Überschriften finden Sie von den Gastgeberinnen und Moderatorinnen der Thementische zugeordnet Ihre Ergebnisse. Ich möchte Sie herzlich dazu einladen, auch in den Kaffeepausen sich diese Ergebnisse nochmal anzuschauen, gegebenenfalls auch zu ergänzen, Kommentare zu hinterlassen. Ganz rechts steht auch eine Kommentarwand, sodass wir möglichst viel von dem, was Ihnen wichtig ist bei diesen Themen, auch dokumentieren können. Wir werden hinterher diese Ergebnisse zusammenführen und auch nochmal als Dokumentation mit auf der Website, in dem Web-Dossier, das wir ja zu dieser Konferenz gemacht haben, dort präsentieren. Alle sind herzlich eingeladen, zu einem Gallery Walk in der Pause immer zu schauen, was gibt es Neues, was sind interessante Themen, wo haben Sie auch Widerspruch. Auch das ist wichtig, sowas für uns festzuhalten. Als nächstes möchte ich einsteigen in das Thema, eine kurze Einführung machen, das wir nun in dem ersten Panel heute Morgen haben, nämlich Rechtspopulismus in Europa, Gefahr für emanzipatorische Geschlechterpolitiken. Anfänglich hatten wir ein Fragezeichen dahinter, das haben wir dann wieder weggenommen, weil für uns oder aus unserer Sicht die Frage eigentlich schon beantwortet ist, wir halten Rechtspopulismus für eine Gefahr für emanzipatorische Geschlechterpolitiken. Europa-Skepsis und Islamfeindlichkeit verbinden eine ganze bunte Mischung von Rechtsaußenparteien in Europa und zum Spektrum gehören rechtsextreme Parteien genauso wie Gruppierungen, die mit populistischen Äußerungen auf sich aufmerksam machen wollen. Ihre politischen Ziele reichen vom Wunsch nach Ordnung, Autorität und Identität über die Agitation gegen Minderheiten wie Sinti und Roma bis hin zur Forderung, ein weißes Europa ohne jüdischen Einfluss zu schaffen. Seit den 80er Jahren sind Rechtspopulisten in Europa auf dem Vormarsch, die verbuchen Mandatsgewinne in regionalen und nationalen Parlamenten, aber auch im europäischen Parlament. Wir hatten gestern schon kurz darüber gesprochen im Rahmen der Diskussion. Paradoxerweise bauen auch diese Parteien, teilweise sehr aggressiv, nationalistische Parteien dabei zunehmend auf eine länderübergreifende Zusammenarbeit und verstehen sich meist als Freunde im Kampf gegen multikulturelle Überfremdung. Ich glaube, vorgestern oder vor zwei Tagen hat die zum Beispiel die NPD in Köln ein Treffen gehabt und dazu die Svoboda-Partei aus der Ukraine eingeladen. Also da gibt es ganz enge Verbindungen. Wenn wir den internationalen Medien Glauben schenken, so der amerikanische Politikwissenschaftler K. Mudde, in einem Dossier, das die Bundeszentrale für politische Bildung in diesem Jahr aufgelegt hat zum Thema Rechtspopulismus, dann wird das Jahr 2014 das Jahr der antieuropäischen Rechtspopulisten. In den ersten drei Tagen diesen Jahres hatte die New York Times zwei Gastkommentare veröffentlicht, in denen vor dem Aufstieg von Rechtsaußenparteien gewarnt wird, während der Schwerpunkt dann der ersten Ausgabe des Economists auf Europes Tea Partys lag. Und inwieweit es die gibt, das ist auch ein Thema für heute. Dem waren, und das haben Sie vielleicht zum Teil auch mitbekommen, bereits Monate voller öffentlicher Warnungen von prominenten EU-Politikerinnen und Politikern vor einem europaweiten populistischen Backlash vorausgegangen und unter anderem auch ausgesprochen von den Präsidenten des Europäischen Rates, der Kommission und des Parlaments, sowie auch mehrerer nationaler Politiker und Politikerinnen. Politiker wie dem damaligen, muss man sagen, italienischen Ministerpräsidenten Enrico Letta und dem stellvertretenden niederländischen Premierminister Claude Weig Ascher. Obwohl sich die Warnungen unterschiedlicher Begriffe bedienten und auch unterschiedliche Gruppen von Parteien und Politikern hinwiesen, war jetzt laut MUDE zumindest, mindestens zwei Hauptbotschaften waren gemeint. Die Wirtschaftskrise bzw. die große Rezession der vergangenen Jahre hat zum Aufstieg von Rechtsaußen geführt und zum Zweiten, die Rechtsaußenparteien werden bei den Europawahlen im Mai 2014 große Stimmenzuwächse erzielen. Schon im Jahr 2012 hat die Heinrich-Böll-Stiftung in Zusammenarbeit mit der Grünen Europäischen Stiftung einen Sammelband über Rechtspopulismus herausgegeben, in dem die zentralen Erfolgsbedingungen für einen Aufschwung des Rechtspopulismus beschrieben wurden. Und zwar Misstrauen gegen die europäischen Institutionen, das nationale Ressentiment und die Furcht vor Fremdbestimmung. Ganz facettenreich werden in der Veröffentlichung die Kontextbedingungen und Erscheinungsformen des europäischen Rechtspopulismus beschrieben und Deutschland aber mit dem Hinweis ausgespart, dass Deutschland bis heute von erfolgreichen rechtspopulistischen Parteien verschont geblieben ist. Möglicherweise oder sehr wahrscheinlich bedürfen solche Einschätzungen einer schnelleren Revision, als das 2012 gedacht war. Denn mit der neu gegründeten Alternative für Deutschland ist eine neue Partei auf der politischen Agenda in Erscheinung getreten, die sich gerade in den letzten Monaten immer mehr rechtspopulistisch ausgerichtet und auch aller voraussichtlich nach in das Europaparlament einziehen wird, nachdem ja auch die 3-Prozent-Hürde gefallen ist. Diese Tendenz zum Rechtspopulismus untermauert auch eine Studie der Heinrich-Böll-Stiftung Nordrhein-Westfalen, die ganz neu noch ist und zusammen mit der Fachhochschule Düsseldorf vom Oktober 2013 herausgegeben wurde. Sie bescheinigt der Alternative für Deutschland wohlstandschauvinistische, marktradikale, wie zum Teil auch nationalistische und kulturalisierende Tendenzen. Ergänzen muss man nun auch stark antifeministische und genderkritische Aktivitäten. Vielleicht haben das mal einige von Ihnen gelesen vor einigen Tagen im Tagesspiegel, während die AfD-Jugend, also die Jugendorganisation der Alternative für Deutschland, bei Facebook gegen Feminismus und Gender-Terror wettert und mit selbst gemalten Plakaten erklärt, warum Quote doof und Gleichberechtigung Wahnsinn ist, machen sich Führungspersonen der AfD für ein Familienbild stark, das traditionelle Geschlechterrollen zementiert. Hier zeigt sich aus unserer Sicht, aus meiner Sicht eine Entwicklung, die in der bisherigen Debatte um Rechtspopulismus bisher nur am Rande diskutiert wurde, nämlich eine emanzipatorische Gleichstellungs- und Geschlechterpolitik. Geschlechterpolitiken passen nicht in rechtspopulistische Weltbilder und werden jetzt immer offener bekämpft. Eine neue Reaktion bekämpft das liberale Denken und will uns die Werte von gestern als Zukunftsweisen verkaufen, so die Deutsche Wochenzeitung Freitag letzte Woche. Ja, das ist Anlass genug für uns zu fragen, welchen Einfluss wird die Zunahme des Rechtspopulismus in europäischen Staaten auf die Umsetzung einer emanzipatorischen Geschlechterpolitik haben und dazu begrüße ich heute Dr. Nils Speerings von der London School of Economics in Großbritannien und Sonja Mitralja, Mitglied der Initiative Frauen gegen Staatsschuld und Sparpolitik und des Europäischen Antifaschistischen Manifests in Griechenland. Nils Speerings wird uns zunächst einen Überblick geben zum Anwachsen von rechtspopulistischen Parteien in einigen Ländern Europas. Etwas zu sagen zu den Akteuren, Akteurinnen, welche Ziele diese Parteien haben, welchen Einfluss sie auf die Implementierung von emanzipatorischer Geschlechterpolitik haben werden. Sind da antifeministische, genderkritische Tendenzen sichtbar? Und nachdem wir das auch zusammen mit ihm und Ihnen ein bisschen diskutiert haben, wird Sonja Mitralja uns am Beispiel Griechenlands zeigen, wie sich dort der Rechtspopulismus entwickelt hat, welche Akteurinnen gibt es dort, wie haben sich zivilgesellschaftliche Akteure und Akteurinnen damit in Griechenland, wie sind sie damit umgegangen? Ja, soviel zur Einführung. Ich bitte Nils Speerings aufs Podium. Er ist promovierter Politikwissenschaftler mit einem Doktortitel der Radbau-Universität aus den Niederlanden und neben der University of Essex ist er als Dozent beschäftigt und weiteres von ihm. Danke. Danke, guten Morgen und danke für die Möglichkeit hier zu sprechen. Ich verstehe ein bisschen Deutsch, aber ich spreche das nicht ganz gut, also ich mache die Präsentation in Englisch. What will I do? This presentation is based on a project that I've been working on with some colleagues which basically comes from the question, how does gender equality play a role in the populist radical right? A question that is also studied just a little by now in academia and we thought it's time for a more systematic study that looks across Europe that really looks at the role gender plays. So the results here are basically the first presentation of the results of our project which we will hope to publish in a special issue next year. Today I will look first at what are we talking about? So how widespread is the populist radical right in Europe? Then what does that mean? Populist radical right nowadays? Then what is the role of gender therein and how does that impact on gender equality policies or more general on gender equality? So let me start with the first thing. What are we talking about? If you just look at this overview we see that the populist radical right is nowadays present in basically all northern and western European countries. Let's say the old Europe. Since the late 80s, early 1990s they have been and it's not just a momentary blip in history. They are present and they have been present for several decades now in national party parliaments and they have established themselves as the second new party family after the Greens. As you can see here in most of the countries they actually get around 10 to 20% of the vote. So they are a force to reckon with in sheer numbers. Moreover, some people have said that they might be over their top. But if you look at the difference between the current state of affairs and the highest number of votes they ever got, it's not that different. Another indication that they are here to stay and for example if we would look at France we see that in the presidential elections even the latest or the newest election was the most successful one for the Front National with Marine Le Pen. Moreover, they're not just present in parliaments they're also present in government. In four countries populist radical right parties have been in government and in two they supported a minority government. And we might want to call into remembrance in remembrance 2000 I think in Austria when the FPE started a coalition with the EVP and then there was like a wide outcry in Europe. There was even a boycott from different European countries towards the Austrian government. It was not accepted that the populist radical right party was part of government. That's only 14 years ago. So nowadays nobody really says that it's impossible. So they are an accepted party family that takes part in government across Europe. We've seen it in Italy in Austria in Denmark in Switzerland and in the Netherlands as well. Of course then the question arises okay they have been in government but what does that mean in terms of the ideology and the policies they want? Well I make a distinction here between primary and secondary issues. The primary issue that these populist radical right parties are interested in revolves around their name populism and radical right. They are populist also drawing from Cass Mada's definition here that nicely describes what they're doing. They're populist in that they present on the one hand the people. They say we represent the people and the people is good and the people is kind of a homogenous group. There's no diversity that's important. It's one group and that has a general will and we know what that general will is and we will present that. What that homogenous population is is not completely clear. That's kind of a flexible almost let's say virtuous kind of population. The native population of a country. Not native in the term of like native Indian people in the US but just native. These people belong to these countries. That group is then brought into opposition with the other group and that's the elite. and the elite is corrupt and evil by definition according to populist parties. They themselves are not part of that elite. They will claim we know them but we're not part of it. We're one foot in we know them we're one foot out we're not bad evil we side with the good people. And that elite is not just the politicians but it also includes media and for instance feminists because they say feminists push for things that the people don't want so we're against them. So basically by definition feminists are the enemies of populist radical right parties. That's populism and you can attach that to different kinds of ideologies. In Europe it's mostly the radical right ideology that coincides with the populism. basically the radical right is nativists as were all the extreme right or far right parties. So we're quite familiar with that. But they are not extreme in the same way as in that they are opposed to the political system as such. So populist radical right parties are part of the system. They are opposed to the elite they are nativists so they don't like certain groups but they are part of the system. They're not against democracy as a whole in the way that we define it as an institutional system of elections. We're not talking about all the liberal and citizen rights that you might associate with democracy as well. So they have an illiberal xenophobic ideology and that always creates an out group. A group that is blamed for the problems in society. A group that does not belong to the people. So even though they are citizens of a country even though they are present in the country and contribute to a country they are considered to be non-natives. And it depends on the context what that group or who that group is. But in general it's either based on race on ethnicity on migration status it might be on religion that's more and more present and as such it can be about Jewish people Muslim people Roma people immigrants all kinds of different groups. In the Netherlands for example it's mainly about Moroccans nowadays and they are kind of the symbol for all immigrant groups for some reason. And these parties are not just opposed to the presence of these groups but they also blame them for basically all other problems. so all other problems are racialized. It's not just integration policies as such but it's criminality that is caused by that group. It's the problem with the welfare state that it's too expensive caused by that group because they are set to draw the most from it. I think the SVP poster on the presentation is a nice example where they don't say it but the black sheep is kicked out while a white sheep is murdered. They don't say it's them but they suggest that criminality is caused by that outgroup. And that can even take like I would almost say hilarious forms. There was an example of the Hague City Council where there was some problem with seagulls. The seagulls were flying over the streets and seagulls do as seagulls do so the streets got a little dirty. The local council member from the Political Radical Right Party addressed this with the mayor and the council and they said that's a problem people suffer from this and the house prices are going down and it's all the fault of the pig-headed immigrant bread throwers who do not want to listen. So it's the seagulls the problem with the seagulls was blamed on immigrants because they are supposed to be the ones throwing bread to them. So all problems by these parties are termed in terms of race or ethnicity and that's important to realize that it's not just immigration itself but it's the larger analysis of society. As you can notice up to this point I haven't talked about gender because gender is not at that core of these parties not at the core identity but it is a secondary issue I would say. It's an issue that binds these parties so populist radical right parties have a kind of common position largely on gender equality. They have that on other elements as well for instance Euroscepticism is a great example today about their common position that is very sceptic towards Europe but it's more flexible because if we would look at history not that long ago I think only about 20 years ago many of these parties were pro Europe because the European Union helped them in their struggle for more regional autonomy or their struggle against some immigration issues so these secondary issues are more flexible in a way. Nevertheless at this point in time they are very anti-gender equality one could say at least on the first dimension of these policies and that first dimension is about family policies and economic equality. These parties are either neo-traditional modernized traditional or just classic traditional in that they value family life. Women are generally portrayed as mothers in their rhetoric but they do in some way agree with the participation of women in the economy. They won't really strive for it but they accept that women are part of the economy. So women are presented as mothers but they're not really pushing to draw women back into the household. On the other hand they strongly believe in freedom of choice. So they use a liberal discourse a liberal way of presenting their arguments and saying we want women to make their own choice and if they choose to be at home if they choose to be a mother and not work not be active on the labour market that's fine with us because we are real liberals and we defend what the people want that what they want. If we look at LGBT issues related to the family value issues then it's more divided and we see a kind of split here between the more Nordic and Dutch populist radical right parties and the other parties in which the first group is more or less pro-equality or defends the current state of the art in these countries whereas in other countries they're more against it based on that idea of family values. In particular in France this has been a strong tendency still and it often relates to whether the party is actually a direct descendant of a more classic fascist or extreme right parties. Those are more nativist and are not more nativist are more traditionalist in those terms because they push for procreation policies which is linked to the nativism. The newer political parties so the newer populist radical right parties are more often a bit liberal on these issues. Then there's a second important dimension on their gender equality agenda and that's about women and immigration or Muslim women. Again they present this as a very liberal position. They say basically here in the West in Europe we have reached gender equality. We have made sure that women have full rights in every respect and we are going to defend that. So they will present themselves as defenders of gender equality. Well actually if you look at the policies the policies are not in a way liberal but they are very restrictive. And that's a bit more tricky to say whether that's feminist or not because there are feminist groups that would agree with them that these policies are necessary and there are feminist groups that don't agree with them. So it's less clear what their position is. But what we do know is that their concern with Muslim women for instance doesn't come from a concern of gender equality in general but it comes from their nativist anti-immigrant position. And this is a way of showing that there is a gap between on the one hand Western European societies and on the other hand the societies where the immigrants come from and they can present that as not fitting together so again that out group is the problem here. Well that's their position their general position and in a way they do distinguish themselves from other party families. If you would compare them with the other main conservative parties in many of these countries and this is drawn from one contribution to that special issue I was talking about you see that on your right hand side is the bars about how traditional these parties are and on the left hand side are the bars for the other conservative parties and basically across Europe they are more conservative than the other main conservative parties so they are a group they distinguish themselves in terms of gender equality as well and they are clearly positioned at the right hand side of the spectrum even more so than for example the CDU CSU or other Christian democrats or conservative or neo conservative liberal parties across Europe that doesn't mean that they have a lot of impact directly on policy of course and for that we need to look at how this plays a role in forming governments and influencing policy and then it's important to realize that we're talking about gender as a secondary issue that means that it's not really that important to them to make it an important issue in the negotiations so they're kind of happy to go with the other parties as long as they can push for their anti-immigrant and nativist agenda that's what they care about so that is what they will put on the table and they want concessions from other parties on those issues they are quite let's say happy to lean towards the other parties when it comes to gender equality the major exception though is again that second dimension where gender equality is tied up to immigration issues so veiling for instance is a very symbolic thing that they can focus on and they can try to forbid and they might succeed if they are in government so the other issues about family values and things like that they easily sacrifice those that almost sounds quite nice but we shouldn't forget with whom they cooperate and if we look at the experience even though the populist radical right parties are actually at this moment shifting towards the center on a lot of issues except the immigration issue they are becoming more center parties than right wing parties but still they are on the right side of the spectrum and they cooperate with either conservative liberals with Christian democrats or even with Christian orthodox parties basically the other parties that are strongly in favor of the classic traditional family so they might not find it that important but given the coalitions they're in it still suits them well and it fits their agenda one exception here is the LGBT issue and in some cases we've actually seen that the populist radical right parties deviate from those classic conservative parties go against their coalition partners and say no as long as there's actual discrimination we vote against that discrimination in laws again that's put in kind of a rhetoric of anti-immigrant issues but it did turn out to be crucial for instance in the Netherlands to pass a bill through the lower house so they were part of that majority that was needed to end discrimination on LGBT issues then overall are they a danger for emancipatory gender policies and I left a question mark for now maybe that's me being an academic they have had a clear influence on immigration policies and they've had that in a gendered way important here is that it's not just them advocating these policies and that they have power when they are in government but they actually pulled the other right wing parties more towards the radical right on these issues so they influenced the political spectrum and they influenced those other parties that really shifted as they are the ones that are now mostly in power they have not only a direct impact but they have an indirect impact through governments they're not even in those policies often include restrictive measures as said but they are argued for by liberal arguments by defense of liberal rights of women in European countries and that's a hard one to tackle how to fight on the one hand those stances and on the one hand still agreeing with basically that core rhetoric and another thing is that they actually made sure that immigrant women are now in the defensive constantly having to explain why you are not a burden for society so they not just changed policy they changed the discourse and the debate in these countries another important thing to realize and I think that's stressed far too little is that they have shifted the power balance they draw a lot of votes from social democrats labour parties left wing parties that means that the left wing bloc as a whole in many European countries has become smaller and the right wing bloc has become larger even though that some of these populist radical right parties are actually more economic left wing they still cooperate with the right wing parties in these countries and again economic policies are not at their core so they are happy to sacrifice those so basically they given the right part of the political spectrum a stronger position than they had before and that has shifted the balance also in gender equality policies indirectly through the presence of these parties across Europe moreover they are sometimes happy to work with orthodox christian parties which has basically led to a restriction of liberal policies which they argue for on the one hand in the immigration debate but they're happy to cut back policies on abortion and other issues as said they have had a positive effect in some countries on LGBT policies so they might be a potential ally as well and that's the tricky thing here and they are a power to stay so I think that should be taken into account when assessing the possible influence and how to address that but I think these are the main ways in which they have an influence which generally shows a negative one in terms of gender equality and we can talk more about that later on thank you thank you thank you thank you Nils Spierings for this good overview and influence in this topic Ich möchte Ihnen sofort auch die Gelegenheit geben, Nachfragen zu stellen oder auch Ihre Kommentare abzugeben. Sie finden hier im Raum einige Mikrofonständer und ich möchte Sie bitten, sich an die Mikrofone zu begeben, damit auch die Übersetzung funktioniert und auch alle zuhören können. Insofern sind Sie sofort auch aufgefordert. Ich sehe schon erste Wortmeldungen. Ja, Barbara Unmüßig, Vorstand Heinrich Böll Stiftung. Mich würde interessieren, welche Kenntnisse Sie darüber haben, wie die populistischen und die extrem radikalen Parteien europaweit miteinander kooperieren. Gibt es da eine neue Qualität der Kooperation des Lernens voneinander? Weil das wurde gestern angedeutet, ich würde da gerne mehr darüber erfahren, weil das glaube ich, wir hatten immer rechte Parteien in Europa, das haben Sie ja auch am Anfang gesagt. Aber gibt es eine neue Qualität in der Kooperation? The issue of cooperation of these parties across Europe is actually quite a complicated one, because on the one hand, they have gone at length to stress that they're not the same. For instance, the Dutch Party doesn't want to be associated with the French Party, given some things that happened in the past. Similarly, some of the parties don't want to be associated with the Austrian Party. So in terms of the public debate, they kind of distance themselves from each other. Nevertheless, they are clearly a party family. They are on the same ground on many issues. They work together in the European Parliament, but not, for instance, as strongly as the Greens do, because, well, that's, I think, the best organised European Party. But lately, you see a movement towards cooperation, and you also see a movement in which they start exchanging experiences, trying to learn from each other. And in that sense, you can expect that they will become a stronger force, also in the European Parliament, and in the national parliaments, actually, not only because of their numbers, but also in terms of their organisation. And it was only, let me think, a few weeks ago, I think, that, for instance, even the Australian organisation invited the Dutch Populist Radical Right Party to come to Australia to help them set up a new party. So you see that there is some kind of international cooperation going on. But it's difficult also because they are actually still anti-Europe. So they say, yeah, we have to be there to fight it, but they do not really organise themselves in a European way. Okay, vielen Dank. Olga. Vielen Dank für diese wirklich informative Präsentation. Und ich wollte zwei Fragen oder vielleicht Bemerkungen stellen. Sie haben sich da mit der, wie soll man das nennen, Westeuropa oder alteuropäischen Staaten beschäftigt. Aber die Situation in den neuen europäischen Staaten ist ein bisschen anders. Das wäre vielleicht auch wert, nachzugucken. Und meine Frage ist, ob wir uns da nicht zu sehr nur auf diesen einen Aufschnitt, auf die rechtspopulistischen Parteien konzentrieren und nicht das ganze Bild sehen, weil am Anfang die Bilder, das war La Manifpur, das ist Civil Society, das ist Bewegung von den NGOs und so weiter. Und die beeinflussen dann die Parteien, weil wenn die Parteien sehen, hier ist starke Bewegung, dann nehmen die einfach die Sachen auf. Und meine Frage ist auch, wie weit da noch die Berechtigung ist, zu unterscheiden, das ist jetzt rechtspopulistische Partei, weil was wir sehen in unserem Land und in den Umgebungsländern, dass das mehr einfach die christdemokratischen Parteien, die die Rolle von den Rechtspopulisten aufnehmen in Osteuropa. Danke. Danke. You see clear similarities between the, let's say, new and old European countries in this respect, but at the same time, the most important difference, I would say, as far as I can tell based on what we have seen so far, is that the focus on who's the out group is to some extent different. It is about immigration, but for instance, in many old European countries, actually people from Eastern Europe are part of that out group. So then it becomes hard to cooperate with a party that is present in Poland or the Ukraine if the populist radical right party in the West actually fights people from those countries coming to the West. And there is a different history to the parties, and I think that's what you refer to as well, but to assess what the impact of the radical right is or the more populist parties, because there are also non-radical right populist parties, on gender equality policy, we should certainly look at the developments in the newer Europe at this moment, because I think that the rise of these parties is actually more strongly present there than it is in Western Europe at the moment. If that answers your question, yeah. Manche Fragen müssen wir wahrscheinlich auch später nochmal vertiefen, da gibt es dann unterschiedliche Blicke drauf. Sonja Mitralja hatte eine Frage. Hier vorne ist ein Mikrofon. Ja, ich wollte zwei Fragen stellen. Die erste, die ist die Allianz, die sich formiert. Die ist nicht nur auf dem parlamentarischen Wege, aber der bildet sich auch auf der Ebene der Straße, der Straßenmobilisierung und der Massenmobilisierung. So haben wir ein Beispiel. Das Beispiel, das ist das Recht für die Abtreibung in Spanien. Als die Partie Popular das Recht für die Abtreibung im Parlament durchwollte bringen, dann haben sich die auf parlamentarischer Ebene, auf europäischer Ebene sich vereinigt, aber auch in der Straße. In der Straße in Frankreich, da war die Bewegung Maria Sportus, die hat sich eine andere Identität gegeben und die hat sich dann auch gegen die Abtreibung gewendet, hat Hunderttausende mobilisiert und hat sich auf das Gesetz in Spanien bezogen, wo sie mit spanischen Fahnen auf die Straße gegangen sind und es hat noch den Segen des Papstes, der so progressistisch soll sein, hat dem Segen dieser Bewegung gegeben gegen die Abtreibung. So sehen wir, dass die Allianz, es gibt eine dialektische Zone von einer neuen Rechtenbewegung auf der Straße, die sich radikalisiert und dieser, die im Parlament ist. Das haben wir auch in Griechenland erlebt. Wir hatten eine Rechtspartei, die hat Laos geheißen. Es war eine populistische Partei. Diese Partei ist mit in eine Regierung gegangen von dem Memorandum. Also hat sie Austerität, Politik ausgeübt auf die griechische Bevölkerung. Und was war dann das Resultat? Das ist, als die Leute sich radikalisierten, haben sie nicht mehr Laos gestimmt, aber sie haben die Neonazis gestimmt, die richtigen Neonazis. Das heißt, sie sich auf Hitler bestimmen, die sich auf die SA, auf die Banden aufbauen, die ganz gewaltig sind. Also sehen wir, dass es eine dynamische Influenz gibt von dem Parlament auf die Straße und wieder zurück. Gut, vielen Dank. Vielleicht eine kurze Antwort dazu. Wir haben ja gleich noch die Gelegenheit, das zu vertiefen, das Beispiel Griechenland, aber vielleicht gerade zu dieser Dialektik, außerparlamentarisch und parlamentarisch. Very shortly. A very important point, and one of the things we should take into account is that this development has led to what we often call the emancipation of the population in terms of that they go onto the street and say that they're disappointed. The anti-elite part has become clear in the population as well. and even the nativism or racism has become salient. The only, I would say, positive element about that is that now it is salient, you can discuss it. And before that these parties were present and pulled the discourse towards the right, it was somewhere in the people, but it was never talked about. And now you have something to either fight or go into discussion and to ask people why. Why are you supporting these parties or even the neo-Nazi parties? Ja, vielen Dank. Ich denke, das ist genau der Punkt, wo wir auch schon übergehen können auf das Beispiel. Und ich möchte an dieser Stelle Sonja Mitralja nochmal begrüßen und nochmal kurz vorstellen. Sie ist feministische Aktivistin, aus Griechenland, er ist Mitglied des griechischen Komitees gegen Schulden und Mitglied des 1990 gegründeten internationalen Komitees pour l'annulation de la dette du diamant, ich kann kein Französisch, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, die einen Schuldenerlass für die dritte Welt fordert. Sie ist Gründungsmitglied der 2011 ins Leben gerufenen Initiative Griechische Frauen gegen Staatsschulden und Sparpolitik und war beteiligt am europäischen antifaschistischen Manifest, das in 16 europäischen Sprachen dann übersetzt wurde. Sonja Mitralja wird uns erzählen, was denn nun Rechtspopulismus am Beispiel Griechenlands tatsächlich dann auch auf der Straße und in der Politik bewirken kann und hat auch gestern schon an einem Tisch ganz eindrückliche Beispiele erzählt, was das auch geschlechterpolitisch für Wirkungen hat. Sonja. Ich werde in Deutsch sprechen, ich hoffe, dass ich das gut machen werde. Also das Erste, was ich sagen will, das ist, dass die Frauenrechte zwei Feinde haben. Der erste Feind, das ist die Autoritätspolitik und das ist auch die Schuldenfrage. Und das Zweite, das ist dieses Aufkommen von den Extremrechten, die dann eine schreckliche Gewalt gegen die Frauen ausüben, aber auch politisch. Was für alles zu verstehen, wie die Rechten aufgekommen sind, muss man anfangen bei dem Memorandum. Ich glaube, dass die Rechte von den Frauen in den letzten vier Jahren historisch komplett ausgerottet werden sind. Wir haben nichts mehr übrig. Und wir sind also in einer anderen geschichtlichen Epoche. Um das zu beschreiben, werde ich Ihnen sagen, dass heute in den 80er Jahren waren die Frauen, haben alle ihre Rechte praktisch bekommen durch den Sozialstaat, dadurch, dass die meisten Frauen in diesem sozialen Staat beschäftigt waren. Heute, das, was wir sagen von Schocktherapie, hat die Dienste der Staates, 150.000 Leute werden abgestellt, von denen die meisten die Frauen sind. Wir haben eine Arbeitslosigkeit, dadurch, dass wir eine Rezession haben, über 26 Prozent seit vier Jahren, das ist viel schlimmer als in der Weimarer Republik. Wir haben eine Million 500.000 Arbeitslose, von denen nur 300.000 Arbeitsgeld bekommen und nur 250 Euro für ein Jahr. das heißt, dass wir jetzt Millionen von Griechen, die haben kein Einkommen, gar kein Einkommen. Und man spricht heute von einer humanitären Krise. Die Arbeitslosigkeit bei den Frauen, bei den jungen Frauen ist zu 67 Prozent. Das heißt, die jungen Frauen, die ihre Zukunft hatten in den 80er Jahren durch den Sozialstaat, haben keine Zukunft mehr. Und sie kommen nach Deutschland. Wir haben zum Beispiel 3000 Ärzte hier in Berlin. Das sind junge Griechinnen und griechische Ärzte. und dadurch vermindert sich auch die Bevölkerung, auch durch das Auswanderen. Also das Erste von der Austeritätspolitik, das ist, dass wir alle Rechte verlieren, aber durch das Zerstören des Sozialstaates werden all diese Arbeiten auf die Familie übertragen und die Familie ist praktisch die einzige Solidaritätsstruktur, die überhaupt noch besteht. Das heißt, die Familie wird ein Kindergarten, wird ein Hospital, wird auch eine Schule, wird ein Amt für die älteren Leute, für die Handikappierte und das alles soll in der Familie geschehen natürlich von den Frauen. Diese Arbeit wird gemacht, ohne dass man bezahlt und diese Masse von Geld, das sind Milliarden, die werden direkt gebraucht für die Schulden zu bezahlen, also gehen sie an die Gläubiger. Das dritte, wo ich sprechen will, das sind die Reproduktivrechte der Frauen. Wir wissen ja, dass vier Millionen Griechen ohne Krankheitsversicherung sind. Das heißt, durch die Privatisierung des Gesundheitswesens, aber auch dadurch, dass der Staat kein Geld mehr gibt für das Gesundheitswesen, müssen die, die keine Gesundheitsversicherung haben, selbst bezahlen. und was bedingt das für das Mutterrecht zum Beispiel? Für das Mutterrecht ist es so, dass wir nicht mehr bestimmen können, ob wir ein Kind wollen oder ob wir kein Kind wollen und wie wir ein Kind wollen. Wir müssen bezahlen, um die Kliniken reinzugehen, sehr teuer, wenn wir keine Versicherung haben, aber auch die anderen müssen bezahlen für die Examen vor der Kindergebärung und das heißt, dass ganz viele Frauen im letzten Moment in die Frauenklinik gegeben, gar keine Analysen gemacht haben und wenn sie ein Kind bekommen, müssen sie bezahlen und wenn sie nicht bezahlen können, dann wird dieses Geld, man wird ihnen bedroht und die Schuld, die sie haben, die wird übertragen auf das Steuernamt und man hat ein Gesetz gestimmt, dass die Leute, die mehr wie 5000 Euro Schuld haben, dass das Steuernamt und der Staat das Recht hat, ihnen ihr Haus wegzunehmen und sie ins Gefängnis zu bringen. Das heißt an sich, die Frauen, aber auch die anderen Leute, die für ihre Gesundheit nicht bezahlen können oder sterben sie oder sie sind verschuldet und dass es sehr wichtig ist, das ist durch diese Sparmaßnahmen, das sind ja alle Gesetze von den Memorandumen, dass die Bevölkerung in einem Bürgergriff ist, wo sie kriminalisiert wird. Das heißt, ein Massen von Leuten, die ihre Steuern nicht mehr bezahlen können und das sind 40% von den Griechen heute, die können ihre Steuern nicht bezahlen. Also die sind illegal. Die sind illegal. Dann können sie sich vorstellen, aber das ist noch nicht, ich werde ihnen ein Beispiel geben. In einer Mutterklinik, Frauenklinik, hat man die Kinder als Geiseln genommen und da sind natürlich immer die Frauen, die armen Frauen und auch die Emigrantenfrauen und die Refugiesfrauen. Aber es sind auch Griechenen da. Es ist auch so weit gekommen, dass eine griechische Mutter vor der Frauenklinik erkannt bekommen hat. Und mit der Geiseln Frage, dass sie die Geiseln genommen hat, das sind ja alle menschlichen Rechte infrage gestellt. Und das ist auch ganz symbolisch. Ich glaube an sich, die ganze Symbolik, dass wir nicht mehr bestimmen können, ob wir ein Kind wollen oder ob wir es können kriegen, ist symbolisch für die ganze Reproduktionsstruktur der Gesellschaft, die kaputt ist. und wo die Frau eine ganz große Rolle spielt für die Überlebung überhaupt dieser Bevölkerung. Also für Statistiken zu nennen, in vier Jahren Memorandumen ist die Lebenserwartung um zwei Prozent gefallen. Aber auch die Kinderkrankheiten, die kleinen Kinderkrankheiten, die Sterbrate von den Säuglingen ist für das erste Mal in die Höhe gegangen seit dem Zweiten Weltkrieg. Also wir befinden uns in einer humanitären Krise und diese humanitäre Krise ist auch schuldig für diese Krise, diese moralische Krise und diese Gewalt, aufkommt in der Gesellschaft und die dann ausgenutzt wird von der Extremrechte. Und dann sehen wir ja, wir haben eine wirtschaftliche Krise, aber wir haben besonders eine politische Krise und eine moralische Krise von den Werten. Es ist nicht nur eine Krise, die politische Krise ist ganz besonders wichtig, um zu verstehen, wie die extreme Rechte aufkommt. Also die Bevölkerung ist erniedrigt worden, sie schämt sich, sie meint, sie wäre nichts mehr, sie hat keine Identität mehr, sie hat keine Zukunft mehr und sie hat keine Erinnerung mehr. Und sie ist verlassen. Und dieses Gefühl von der Verlassenheit, aber auch, dass sie nicht mehr glaubt, in dieses politische System, das so stabil war, 40 Jahre lang, war das politische System in Griechenland das stabilste, regiert von zwei Parteien, die sich abgewechselt haben, 40 Jahre, und das war die traditionelle Rechte und die Sozialdemokratie. Und das sind diese Parteien, diese zwei Parteien, die diese Austeritätspolitik mit dem Segen der Troika eingeführt haben. Und dadurch besteht ein Gefühl unter der Bevölkerung gegen dieses politische System, was ein Rachegefühl ist, was ein Gefühl der kollektiven Ressentiment gegen dieses politische Regime. Und sie probieren, eine Lösung zu finden, um nicht noch das Letzte zu verlieren, was sie noch haben. Und dann ist alles gut. Und sie meinen, dass indem sie die Rechte wählen, die Extremen Rechte, die Nazirechte wählen, könnten sie dann Rache nehmen an diesem politischen System. Aber wir müssen trotzdem noch was sagen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Die Nazipartei ist klug genug, um als sie außen des Parlaments waren, glaubten sie, sie wären nicht gefährlich. Als sie in das Parlament kamen, am Mai 2012, haben sie 18 Abgeordnete bekommen, da glaubten sie alle, die Nazis würden jetzt integriert werden in das politische System. Und es ist genau das Gegenteil geschehen. Erstens haben sie das Parlament gebraucht als Tribune für Aktivismus, Rechtsaktivismus zu machen, um das politische System zu zerstören und zu zeigen, dass sie radikal gegen dieses System sind. und sie haben die Medien gebraucht und sie sind auch unterstützt worden von der Regierung in der ersten Periode. Sie sind unterstützt worden. Sie hatten eine sehr, sehr große Influenz in der Polizei. 80% der Polizei hat die Nazis gewählt. Und was haben sie gemacht? Ich werde dieses als Beispiel bringen, wie die Gewalt gegen Frauen eine politische Strategie gibt, um die Gegner, die politischen Gegner zu vernichten für eine Vernichtungspolitik. Also auf einer Tribune von der Television, von dem Fernsehen hat Cassiviaris, das ist der Parteileiter von der neonazistischen Partei Goldene Morgenröte und zwei Abgeordnete, weibliche Abgeordnete im Fernsehen vor den Kameran Georg feig. So, live. Und dann haben alle gedacht, ja, jetzt beweist ja die goldene Morgenröte, was sie wirklich ist. Jetzt werden die Menschen verstehen, dass sie gewalttätig sind und dass sie nicht salonsfähig sind. Und dann werden sie ihre Macht verloren. Aber es ist ganz genau das Gegenteil geschehen. Ganz genau das Gegenteil geschehen. Das heißt, sie haben an Macht gewonnen und hier kann man beschreiben, was dieses Mechanismus von der Gewalt ist, was die Leute so lieben. Ich habe mit meinen Ohren selbst gehört, wie eine Frau gesagt hat zu mir, ach, das habe ich so geliebt, wie er diese Frauen geohrfeigt hat. Und wir sehen da ein Mechanismus der Gewalt, wenn der, der die Macht hat, Zeit durch die Gewalt, dass er mächtig ist, das belebt und mit einer großen Zufriedenheit mögen sie diese Gewalt öfters in der Bevölkerung. Und da sehen wir, wenn die Leute verzweifelt sind, wenn die Leute nicht mehr glauben, wenn sie keine moralischen Werte mehr haben und keine solidarischen Beziehungen mehr unter sich, dann werden sie verzweifelt, aber sie wären auch brutal und ich glaube, das Mechanismus hat auch im Krieg bestanden. Wenn die Leute in den Krieg gezogen sind, die jungen Leute und sogar wenn Freunde im Krieg gefallen sind, die gestorben sind, dann haben diese, die überleben haben, die waren so froh und so lebendig, weil sie am Leben waren und weil sie so mächtig waren, dass sie am Leben waren. Da sehen sie dieses Mechanismus, aber es hat sich nicht nur beschränkt an diese Szene in dem Fernsehen, diese Kultur von der Gewalt und gegen Frauen, diese Kultur gegen die Frauen, die ist auch gebraucht worden von in den Wahlen von zwei sozialistischen Ministern. Was haben die gemacht? Das waren zwei Ministern, die mit der Politik, der Austeritätspolitik ihre Popularität aufgehoben haben. Und für die Popularität zu haben, haben sie in den Wahlen eine lindschen Politik gemacht gegen Prostituierte. Das heißt, sie haben die Polizisten geschickt, Prostituierten, sie glaubten, es wären Ausländerinnen, aber es waren meistens Frauen, die drogensüchtig waren und Griechische. Sie haben sie ins Gefängnis geschleppt und sie haben sie im Fernsehen ihre Fotos gewesen und die männliche Population aufzurufen, alle Prostituierten und Telefonnummern angegeben, sie zu denunziieren, um sie ins Gefängnis zu werfen. Das heißt, das ist das zweite Exempel von dieser Frauengewalt, wie das Gebrauch gibt, politische Strategie, was an die ethnische Gewaltsamkeit in Kriegens Situationen erinnert, aber hier haben wir eine Situation nicht in Kriegen Zeit, aber vielleicht in Kriegen Zeit einem sozialen Krieg ist. Also ich kann Ihnen noch sagen, was unsere Strategien sein können, positiv dagegen, aber das können wir in der Diskussion machen, also da können wir anfangen zu sprechen. Vielen Dank Sondja Mitalia für diesen sehr eindrücklichen Vortrag, diesen Impuls zur Situation in Griechenland. der Link zu unserem Thema ist ja, dass ganz grob die Sparpolitik, die Austeritätspolitik dazu geführt hat, dass die extreme Rechte sehr stark geworden ist in Griechenland und auch an Macht gewonnen hat. Und es hat den Anschein, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es nicht bei einer Protestwahl geblieben ist, sondern es sehr viel stärker noch dazu geführt hat, die goldene Morgenröte oder auch rechtspopulistische Aktivisten zu unterstützen. Glauben Sie, das ist ein längerfristiges Projekt und es ist nicht nur was vorübergehendes, sondern es kommt auch etwas hervor, was insgesamt die Rechte in Griechenland wieder sehr stark machen wird? Wird das auch jetzt die Europawahlen auch mit beeinflussen? Was sind da so die Erfahrungen im Moment oder auch die Umfragen in Griechenland? Ist das so mächtig, diese Austeritätspolitik, dass sie alles andere überlagert? Wir haben eine politische Krise. Es ist alles kaputt, also für euch ein Bild zu geben. Die Sozialdemokratie vor dem Memorandum, die hat 48% und jetzt ist sie kaum auf 4%. Es ist sogar eine Frage, ob sie überhaupt noch ins Parlament, wenn national, denn wir warten auf Nationalwahlen durch die politische Krise, die kann von Tag zu Tag kommen, und Kommunalwahlen und auf Europawahlen. Also all diese Termine stehen vor uns und wir wissen nicht, was das Wichtigste und was vorher kommen wird. Es ist die Goldene Morgenröte, sogar wenn sie nicht unter dem Namen Goldene Morgenröte in die Wahlen können gehen, denn man spricht, dass man die ganze Partei außer dem Gesetz setzt, dann wird eine andere Form von Rechtsradikalen wieder unter einem anderen Namen auftragen. die Krise, das politische System ist so zerstört und so groß, dass die Rechte da ist, um zu bleiben. Noch eine kurze Nachfrage. Gibt es außer der Goldenen Morgenröte noch andere Akteure, noch andere Gruppierungen, die jetzt schon in Erscheinung treten, oder ist das alles unter dem Dach oder in dem Umfeld der Goldenen Morgenröte, was da im Moment an rechtspopulistischen, rechtsextremen Aktivitäten passiert? Bevor Sie antworten, Sie können gerne auch Ihrerseits jetzt Fragen nochmal wieder einbringen. Ich bitte Sie, sich dann einfach an die Mikrofone zu stellen, dann sehe ich, dass Sie Nachfragen haben. Es gibt schon Kandidaten, eine Zersplitterung von der Goldenen Morgenröte, die schon Kandidaten für eine andere Ultrarechtspartei nehmen können. Mikrofon ist an, einfach sprechen. Ich bin Vorstand von Fight TV, wir sind ein Verein gegen Ausbeutung von Migrantinnen und gegen Menschenhandel. Ich bin außerdem Griechin und verfolge die Situation sehr mit Ärger und mit Traurigkeit. Was sagen Sie denn zu dem Verbot von der Goldenen Morgenröte? Es gab ja diesen Show-Prozess, wo die Abgeordneten abgeführt worden sind aus dem Parlament, wo ich glaube die meisten Parlamentare mittlerweile im Gefängnis sitzen. Was hat das denn für eine Auswirkung gehabt? Hat sich da was verändert? Ist die öffentliche Meinung dann eher in den Untergrund gegangen oder spielt das keine Rolle? Also wenn man die Meinungsfragungen von den politischen Parteien schaut und ich werde Ihnen jetzt sprechen von den letzten Meinungsfragungen was so los ist in der Gesellschaft, stellen wir fest, dass Syriza, das ist die Linkspartei, die hat das ist die größte Partei jetzt, die zweite Partei das ist die von Samaras, das ist die Rechtspartei, die dritte Partei ist noch immer die goldene Morgenröte und jetzt haben sie eine neue Partei gegründet, eben wegen der politischen Zerstörung des politischen Systems ist eine ganz neue Partei aufgetaucht von nichts und diese hat schon in ein paar Tagen 10% und sie hat einen großen Teil von der Rechtspartei genommen, sogar von Syriza ein Teil genommen, das Ganze von den Mittelparteien hat sie aufgesaugt, aber nichts von den Extremrechts Partei diese Partei ist die stabilste und die wie ein Block viele Leute wenn du mit ihnen sprichst schämen sich um zu sagen, dass sie für die goldene Morgenröte wählen würden, aber sie werden dafür wählen oder für eine andere Extremrechte sie schämen sich, weil in den Medien ja gesagt werden sie werden Mörder und so was sie auch sind, aber sie glauben nicht daran, sie glauben sie sind, sie glauben nicht daran. Olga. Danke. Eine Parallele, die ich sehe, wir hatten in Slowakei im November die Regionalwahlen und was ist da passiert in Mittelslowakei, da hat Herr Kotleba gewonnen, der ist wirklich so neofaschistisch, ich würde sagen, seine Partei wurde vorher verboten, dann hat er neu gegründet und das ist genau das, was ich sagen wollte, die Protestwahlen, also für den haben Leute gewählt, die eigentlich überhaupt nicht sein Wahlprogramm kennen, das war nur als Protest gegen die etablierte Regierung, gegen die etablierten Parteien, da haben auch Leute gewählt, Roma Leute, gegen die eigentlich seine Politik gerichtet ist, ich wollte die Frage stellen, ob das diese Protestwahl mehr erklären, ob das auch in Griechenland dieser Fall ist, dass einfach die Rechtsextremen die Leute aussammeln, die nicht ihr Programm oder Parteiprogramm wählen, sondern einfach als Protest, um zu zeigen, den etablierten Parteien, dass sie unzufrieden sind. Ja, ich würde sagen, dass diese Krise des politischen Systems erinnert uns ganz an die Weimarer Republik in Deutschland. Das, was wichtig ist, ist zu verstehen, dass die Leute nicht mehr ideologisch reagieren. Sie wollen nur retten, was sie noch können retten von ihrem armen leben. Und dann werden sie, sie glauben an nichts mehr. Syriza ist die erste Partei. Ich bin auch ein Mitglied von Syriza. Trotzdem werde ich ihnen sagen, wenn Syriza nicht eine Alternative gibt und sehr schnell und sehr konkret die selben Leute, die für Syriza gewählt haben, können ganz schnell das Gegenteil und extrem recht zu wählen. Die Leute gehen von links nach rechts und sie suchen irgendwie was. Und das glaube ich, das ist die Hauptcharakteristik von der politischen Krise, die wir nicht nur in Griechenland haben, aber ich glaube, dass sie in ganz Europa anfängt. Mich würde in dem Zusammenhang noch interessieren, welche Auswirkungen hat das auf Geschlechterpolitik. Sie haben ja sehr eindrücklich geschildert, dass die Austeritätspolitik der Grund war für den Rückbau von Frauenrechten. Wie hat sich eigentlich die Morgenröte da positioniert? Was nimmt die linke Partei da auf? Ist das mit ein Argument zu sagen, wir wollen auch den Sozialstaat in diesem Fall wieder stärken? Wir wollen Frauenrechte wieder stärken? Und deswegen ist es wichtig, dass ihr uns wählt. Wie positionieren sich die Rechten an der Stelle? Machen die das überhaupt zum Thema? Setzen die darauf an und propagieren trotzdem traditionelle Familienbilder? Wo verortet sich das Ganze? Also die Neonazis, die goldene Morgenröte, die hat ein Programm, das wirklich neonazistisch ist. Das heißt, Sterilisierung der Mütter, die Kinder auf die Welt gesetzt haben, die behindert sind, geistig oder physisch. Und da steht noch immer auf dem Website von den Frauen der Morgenröte, die sie nicht weggenommen haben, weil sie sich nicht schämen dafür. Das ist schon ein ganzes Programm. Denn die anderen Sachen von der Website, was sich auf den Nazismus bezogen hat, vor drei Monaten haben sie weggenommen, als die Regierung sie angegriffen haben und sie ins Gefängnis gebracht haben. Das haben sie noch stehen gelassen. Sie sind gegen die Abtreibung, die sie als Mord verstehen. Sie sind patriarchal, aber ihre ganze Rhetorik ist aufgebaut mehr auf den Rassismus, die Gewalt und den Nationalismus. Das heißt, die Frauen müssen wirkliche Frauen sein, aber sie müssen Kriegerinnen sein und sie müssen Kriegerinnen sein. Sie sind ganz militaristisch auch sie haben Gruppen von Militärfrauen, die organisiert sind und sie haben auch so einen Katechismus, wo die Kinder aufgezogen werden zum Militarismus. Ja. Danke. Vielen Dank für Ihre sehr gute Frage, was Sie erzählt haben, aber ich bitte Sie, könnten Sie uns etwas mehr erzählen über Ihre Organisation, über die Schuldenerleichterung oder Annullierung, was Sie machen, wie sie funktionieren und so weiter und was das Ziel ist. Ja. Was wir glauben und was wir alle können machen hier in Europa, glaube ich, das ist uns auf den Notstand zu berufen, dass Griechenland in einer Gesellschaft in humanitären Krise ist und es gibt internationale Rechte, wo wir uns auf die UNU auf internationale Gesetze beziehen können und sagen, man kann nicht rechtfertigen, dass eine ganze Bevölkerung stirbt, wo Hunger ist, wo kein Krankenwesen ist, wo die Schulen geschlossen werden, die Hospitäler geschlossen werden, wo der Chaos regiert, für nur die Gläubiger zu bezahlen. Sie wissen ja, dass 70% von der griechischen Hilfe nie in Griechenland ankommt. Sie geht auf ein Spezialkonto in Luxemburg, was abgesperrt ist und es geht zu den Gläuberinnen direkt. Es geht natürlich ein Teil auch an die griechischen Gläuberinnen, an die Banken, aber das Geld geht besonders wieder zurück an die Gläubigen in Deutschland, also hier und in Frankreich. Und man muss also probieren, die Schulden eine Schuldeneinstellung zu machen, ein Audit zu machen, um zu sehen, was legal ist an dieser Schuld und nicht legal ist. Denn 90% von dieser Schuld ist nicht legal, hat nie der griechischen Bevölkerung geholfen und ist nie für sie da gewesen. Sie hat nie die Farbe des Geldes gesehen, wie wir sagen. Und wenn man dieses Audit gemacht hat, dann kann man gesetzlich sagen, das bezahlen wir nicht zurück. Und das wir zurück bezahlen, das machen wir so, wie wir auch zum Beispiel getan haben nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Das haben wir auf ganz lange Weile zurückbezahlt. Ja, das Thema Schuldenschnitt ist ja eins, was hier in der Debatte wenig eine Rolle gespielt hat in Deutschland und ja auch wahrscheinlich aufgrund der anstehenden Wahlen auch noch unter der Decke gehalten wird. Aber das ist ein anderes Thema. Ich würde gerne an dieser Stelle noch auf das Thema, wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit auf das Thema Strategien angehen. hinzugehen. Meine Frage ist, wofür macht man eigentlich Ausländerinnen konkret verantwortlich? Für die Finanzkrise, Klimawandel oder wofür? Und wenn, es sind ja viele Experten, euch die Entwicklung bekannt und was macht Europa tatsächlich dagegen? Warum kann man nicht das Image dieser benachteiligten Menschen aufbessern, damit wir nicht eine katastrophale Entwicklung künftig haben? Ich glaube, wir müssen eine Solidaritätsbewegung aufbauen, eine internationale Solidaritätsbewegung mit dem Süden und auch mit dem Osten Europas. Der Süden und der Osteuropa kommt immer mehr auf eine Lage wie in der Dritten Welt. Das ist es ja. Und sie dürfen nicht glauben, dass das auch nach Frankreich kommt, dass das auch nach Deutschland kommt, dass das auch nach Holland kommt. Das kommt überall. Denn Griechenland ist ein Laboratorium und alle Gesetze werden abgeschlossen und das, was wir machen müssen, das ist, dass die Bürgerbewegungen von unten sich solidarisch aufbauen gegen den von oben und eine gerechtliche Gesellschaft aufbauen. Wir können nicht so weitermachen. Das war schon die Überleitung auch zum Thema Strategien. Was können wir eigentlich tun auch gegen Rechtspopulismus? Was sind kleine Schritte? Wir werden sicherlich nicht alles mit unseren Ideen erschlagen, aber noch mal eine kleine Runde dazu und dazu wird Nils Spearings seinen kleinen Input machen. Das war sehr interessant ist die politische Krise eigentlich. Wir sprechen über die verlassenheit oder alienated people. And I think one of the things we should remember is that this is part of that whole anti-elite part of why these parties are so strong and so present. So the strategies that we might use that actually fit that rhetoric of anti-elite are counterproductive. So saying that we know better only fits that profile of feminists being part of that elite which they fight against. banning a party is the same then it's again the elite that says you the people that supported this party are wrong. You shouldn't support that. And I would say a feminist project should go to those people and talk with them in terms of even though you dislike their opinions and their views and what they have done but they voted for these parties or they went onto the street for a reason. They feel neglected they feel threatened they don't see another way of surviving so I would say the focus should be on those people but accepting and acknowledging that there is a reason why they support those movements and I was curious what strategies you were thinking of and how that involves the actual supporters of those parties so of the Golden Dawn also of the other right-wing parties ich glaube dass wir das was wir machen müssen das ist wieder Bewegungen aufbauen also ein Kräfteverhältnis in der Straße aufbauen denn das Europaparlament und all die nationalen Parlamente das ist das ist ein Stück von der politischen Krise und dass die Leute auf die Straße gehen das bedeutet dass wir auch wir müssen auch unsere Forderungen und ein Kräfteverhältnis wieder auf der Straße aufbauen und eine solche Bewegung ich glaube das ist der Hauptfeind das sind die Rechtsextreme heute und eine Idee die wäre wenn wir eine Sichtbarkeit europaweit aufbauen würde von einer für die 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 Rechte all diesen Minoritäten und all diesen Anders Artlichkeiten aufbauen würde das heißt man könnte Bewegungen aufbauen die Feministinnen die ihre Forderung wieder sehr sehr bar machen aber auch die Homosexuellen auch auch die Allianzen mit all diesen sozialen Bewegungen und auch mit Intellektuellen eine antifaschistische intellektuelle Bewegung mit Filmen mit Kunst mit vielen Formen mit Festivalen könnten wir dann so eine Bewegung von den Intellektuellen es ist es sind nicht mehr viele Intellektuelle die noch in den 30er Jahren die hatten ein Wort die hatten eine Rhetorik die waren sichtbar heute sind wir das nicht mehr also wir müssen so anfangen und wieder dass eine Atmosphäre in die Gesellschaft kommt die unsere Rechte wieder selber machen Ja vielen Dank soweit das ist ein Weg der andere ist das fand ich auch noch mal ganz wichtig was Herr Nils sagte tatsächlich die Menschen ernst zu nehmen weil sie Gründe haben und mit ihnen auch ins Gespräch zu kommen das ist das was hier auch in Deutschland ja viele Jahre nicht gemacht wurde da wurde die Strategie gefahren tot schweigen und es wird sich schon von alleine erledigen das funktioniert nicht der Diskussion stellen und auch mit Menschen die eher rechtspopulistischen Argumenten ja offen sind mit ihnen ins Gespräch gehen in die Auseinandersetzung auch wenn das manchmal recht schwer ist aber ich glaube das ist mit einem Beitrag dazu die Zeit ist um wir können gerne Sie können gerne beim Kaffee auch noch weiter diskutieren den gibt es unten das kennen Sie ja schon und es geht dann hier um Viertel nach elf weiter mit dem nächsten Panel dem Thema Flüchtlingspolitik Aplausos